Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zu den Änderungen bei meinen Pflanzen. Einfach nur, damit ihr mal auf dem Laufenden gehalten seid und auch wisst, was sich hier so tut. Wir beginnen gleich hier rechts bei der Mimose. Wie ihr seht, immer noch endlos langere Triebe. Ungeeignet für einen Bonsai. Deswegen wird diese Pflanze heute entfernt. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Das Wachstum hat sich nicht gebessert. Die Triebe werden weiterhin elends lang und so kann ich einfach nichts damit anfangen. Eventuell pflanze ich sie hinaus auf die Terrasse, aber das Projekt bzw. der Versuch Mimosenbonsai, den erkläre ich jetzt einmal als gescheitert. Hier vorne seht ihr meine Neuzugänge an fleischfressenden Pflanzen. Die habe ich mir kürzlich bestellt. Wir haben hier runde Trosera, einen Zwergkrug, hier hinten noch eine Kannenpflanze, eine neue Nepenthes, Variante Bloody Mary. Und hier ganz hinten zwei Pinguikula. Die haben anscheinend das Pflanzenzelt nicht ganz so cool gefunden. Ich nehme mal an, es ist ihnen zu warm. Wenn ich das etwas näher ranhole, seht ihr, die Blätter sehen nicht besonders toll aus. Bei der einen sind die Blätter auch schon komplett verschwunden. Ich hoffe, dass ich sie noch retten kann. Wir werden sehen. Hier vorne, diese Pflanze habe ich nicht gekauft, sondern aus Samen gezogen. Dabei handelt es sich um eine meiner Saracenia. Die wurde mittlerweile schon etwas zu groß für das improvisierte Moorbeet im Championtopf. Und aus diesem Grund habe ich sie jetzt auch einmal in einen Extra-Topf eingesetzt. Auch hier hinten ein momentan noch unverändertes Bild. Ihr seht die Nepenthes-Schale. Daneben eben das vorhin genannte kleine improvisierte Moorbeet. Und auch hier haben wir auch schon im Eck die Saracenia, die schon etwas zu groß wird, meiner Meinung nach. Da werde ich jetzt auch einmal nachbessern. Und ganz drüben noch einmal die Schale mit den Venusfliegenfallen. Was ich heute vorhabe, ist eine kleine Umtopfaktion. Wobei die vier vordersten Exemplare hier unverändert bleiben. Wobei die Pinguikula werde ich versuchen, noch einmal aus dem Substrat zu nehmen und neu einzupflanzen. Vielleicht erholt sie sich. Sie bekommt auch einen anderen Standort. Steht dann nicht mehr im Pflanzenzelt, sondern außerhalb, neben dem Zitronenbaum. Bei der Nepenthes bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich sie nicht gleich in den größeren Topf pflanzen soll. Wo jetzt momentan noch die Mimose drin steht. Die Saracenia werde ich sowohl diese hier als auch die andere hinten in Selbstbewässerungstöpfe überführen. Hier möchte ich einen kleinen Substrat-Test machen. Und zwar einmal Karnivoren-Substrat und einmal mineralisches Substrat. Mal sehen, wo sie sich besser entwickeln. Dasselbe gilt auch für die Nepenthes in der hinteren Schale, sowie für zwei Stück von den Venusfliegenfallen. Dann beginnen wir auch gleich mit dem Umtopfen. Den Anfang machen die Fettkräuter, die Pinguikula. Dieses eine Exemplar werde ich nun versuchen, in mineralisches Substrat umzusetzen. Wie ich sehe, ist da auch noch ein Netz um das Pflänzchen. Das muss ich natürlich auch entfernen, zusammen mit dem Substrat. Da sind nur sehr wenig Wurzeln vorhanden. Ich versuche das Ganze jetzt noch sauber zu spülen. Und dann legen wir das einfach oben auf das mineralische Substrat auf. Alles in allem sieht das natürlich nicht sehr vielversprechend aus. Ein Blatt ist noch in Ordnung gewesen. Die schon verwelkten bzw. matschigen Blätter habe ich mal abgeschnitten. Das Pflänzchen liegt jetzt hier oben. Ich habe es auch schon angegossen. Natürlich mit destilliertem Wasser bzw. Osmosewasser umgedüngt. Ich werde dieses Pflänzchen jetzt neben den Zitronenbaum stellen und hoffen, dass es sich vielleicht doch noch fängt. Die zweite Fettklautpflanze kommt ebenfalls in so ein Behältnis. Allerdings jetzt in Karnevorenerde bzw. in das Substrat, in dem sie mir schon geliefert wurde. Mal sehen, ob sich die vielleicht bei etwas gemäßigteren Temperaturen auch noch fangen wird. Und damit ihr mir jetzt nicht durchgehend beim langweiligen Umtopfen zuschauen müsst, mache ich das jetzt einmal abseits der Kamera fertig und zeige euch dann am Ende noch das Ergebnis. Und so schnell ist das auch schon wieder erledigt. Ich habe jetzt beschlossen, die Bloody Mary hier hinten noch nicht umzutopfen. Ich will jetzt einmal den großen Selbstbewässerungstopf trocknen lassen, damit ich auch das restliche Substrat noch entfernen kann, eventuelle Wurzellrückstände noch auswaschen kann. Und dann wird diese Pflanze in den größeren Topf wandern. Hier vorne haben wir jetzt die unterschiedlichen Versuchsaufbauten. Einmal Nepenthes, einmal Saracenia, einmal Dionea. Jeweils in Karnevorenerde oder in mineralischem Substrat. Das interessiert mich jetzt ganz besonders, wie diese Pflanzen sich jetzt entwickeln werden. Mal sehen, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und auch weiterhin darüber berichten. Die Schälchen sind jetzt nahezu unverändert. Ich habe hier immer noch eine Fliegenfalle drin. Hier auch noch die große Nepenthes. Auch die werden weiter im Pflanzenzelt vor sich hinwachsen dürfen. Und auch hier werden wir schauen, wie sie sich in diesem Behältnis entwickeln. Ansonsten war es das vorerst zu dieser Umtopfaktion. Ich werde euch, wie gesagt, auch weiterhin auf dem Laufenden halten, wie es den Pflanzen so geht und wie sie sich in den unterschiedlichen Substraten machen. Und auch heute gibt es wieder Geschenke für euch. Passend zum Pflanzenthema dachte ich mir, dass es natürlich etwas aus dem Pflanzenbereich sein muss. Ableger bei diesen Wintertemperaturen zu verschicken, halte ich für keine besonders gute Idee. Deswegen geht es heute eher in den Technikbereich. Ich habe euch diese beiden Pflanzenlampen, die Coray und die Spider Farmer, beide schon im Laufe des Jahres vorgestellt. Das sind die Modelle, die ich zur Ansicht erhalten habe, die ich auch behalten durfte. Und ich hatte sie kurz für Testzwecke im Einsatz. Sie sind dann allerdings wieder in ihre Schachteln verschwunden, weil mein Pflanzenzelt ja von der Lampe beleuchtet wird, die ich vor zwei Jahren schon vorgestellt habe. Die funktioniert immer noch einwandfrei und ich bin sehr zufrieden damit. Ich dachte mir, dass es schade ist, dass diese doch hochwertigen Produkte im Gesamtwert von etwa 300 Euro jetzt ein trauriges Dasein in der Schachtel fristen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, sie unter die Leute zu bringen. In Form dieses Weihnachts-Giveaways. Zwei von euch werden sich über jeweils eine dieser Lampen freuen können. Da es sich bei den Lampen um schon gebrauchte Musterprodukte handelt, ich hatte sie ja doch ein paar Wochen in Verwendung, ist Garantie und Gewährleistung nicht mehr gegeben und ich muss sie als Privatperson leider auch ausschließen. Ich habe die Lampen aber überprüft. Sie sind voll funktionsfähig und deswegen kann ich sie auch guten Gewissens an euch weiter verschenken. Um am GWW teilzunehmen, schreibt mir bitte unten einen Kommentar und erwähnteren, welche der beiden Modelle euch eher interessiert. Das kompakte Modell von Coray oder die 1 Meter Leiste von Spider Farmer. Beide ungefähr von der Leuchtkraft her vergleichbar. Ähnliche Spezifikationen. Die 1 Meter Leiste leuchtet natürlich einen breiteren Bereich aus. Dafür ist hier die Abstrahlfläche in der Höhe nicht ganz so gegeben. Das quadratische Modell leuchtet eben einen rechteckigen Bereich besser aus. Dafür nicht ganz so gut in die Länge. Wenn ihr teilnehmen wollt, wie gesagt, einfach einen Kommentar schreiben. Ihr müsst nicht zwingend Abonnent des Kanals sein. Ich kann das nicht überprüfen. Es freut mich aber trotzdem, wenn ihr es noch nicht seid und jetzt noch schnell ein Abo dalasst. Einen Daumen dürft ihr dem Video natürlich auch geben, ist aber ebenfalls keine Voraussetzung, denn auch das kann ich nicht nachprüfen. Was ich allerdings brauche, ist eure Einverständnis. Wenn ihr teilnehmt, seid ihr einverstanden, dass ihr mir im Falle, dass euer Kommentar vom Random Comment Picker ausgewählt wird, eure Adressdaten für den Versand zur Verfügung stellt. Ich werde diese Adressdaten natürlich nach dem Versand unverzüglich wieder löschen. Der Ablauf ist dann, dass ich nächsten Samstag den Random Comment Picker anwerfe. Das Ganze natürlich auf Video begleite, damit die ordnungsgemäße Durchführung auch für euch nachvollziehbar ist. Es werden zwei Kommentare ausgewählt. Unter diese werde ich dann eine E-Mail-Adresse posten, an die ihr mir bitte eine entsprechende Mail schickt. Ihr erhaltet dann einen Verifizierungscode, den ihr dann noch einmal unter diesem Kommentar posten müsst. Das liegt einfach daran, dass YouTube mir keine Möglichkeit gibt, anders mit euch in Kontakt zu treten. Und ich muss irgendwie sicherstellen, dass diejenigen Personen, an die ich diese Pakete dann verschicke, auch diejenigen sind, deren Kommentar vom Random Comment Picker ausgewählt wurde. Es handelt sich hier ja doch um Geschenke, die einen etwas höheren Preis haben. Und da möchte ich nicht, dass Fake-Accounts zum Beispiel hier versuchen, etwas abzugreifen, was ihnen dann überhaupt nicht zusteht. Der Versand kann nach Deutschland, Österreich oder die Schweiz erfolgen. In andere Länder kann ich leider aufgrund der hohen Versandkosten nicht versenden. Also noch einmal schnell zusammengefasst. Kommentar schreiben, den Namen der Lichtleiste, entweder Coray oder Spider Farmer, in den Kommentar erwähnen. Je nachdem, für welches Modell ihr euch eher interessiert. Ich werde dann mit dem Random Comment Picker zwei Kommentare auswählen lassen. Und an diese beiden Kommentarersteller werden dann die Päckchen rausgehen. Das Ganze erfolgt direkt nächsten Samstag. Das Video dazu wird entsprechend direkt nach dem Auswählen dann veröffentlicht. Für heute bleibt dann nur noch, mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.